Moin Moin Leute und Willkommen zurück zur privaten Beta von Atom Plansys Delivision 2 mit dem Marco, der schon ganz bereit ist hier zu stürmen. Ja okay, doch nicht so bereit. Aber du warst gerade eben bereit. So, jetzt. Hallo. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Das ist schon so lange her. Da war ich noch jung. Bumm. Ist da. Bumm, Bumm, Bumm. Wer ist hier dumm? Ich werfe mein Kabumm. Richtig, sowas ähnliches. Alles, was jetzt hier meine MP auf dem Boden killt, fließt in meinen Status hier rein, in mein Level. Normalerweise glaube ich schon. Die EP. Ach du Scheiße, ich häng mal auf. Ja, es sieht so aus. Ja, du bist da ziemlich. Das stimmt. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Hahaha, that's what she said. Ich mach mal mein Geschütz hin. Mhm. Okay. Es ist immer noch sehr spät. Hoffen wir mal, dass wir ansatzweise noch was hinkriegen zu später Stunde. Das glaube ich schon. Ja, wer weiß. Wir haben ja eben gesehen, ne? Du hast den Strom angemacht. Nein. Hahaha. Was für Strom? Was ist das? Haben Sie Ihr Gerät an den Strom angeschlossen? Nein. Haben Sie überhaupt kein Gerät? Nein. Hahaha. Okay, Marco machen wieder Standrennen. Gehst du überhaupt? Ja, ich schieß. Du läufst bei mir einfach nur gegen die Wand gerade. Das ist so dumm. Okay. Ist hinter. Nein, du hast das Geschütz. Okay. Alles klar, ist down. Enemy kill. Enemy down. Oh, Vorsicht. Von links. Von links. Ja, ich habe hier was viel Wichtigeres gesehen. Hier sind Feuerlöcher. Oh Gott, der ist voll in die Decke. Schön. Leben. Leben. Bekomm mal ein Leben, Junge. Da sind's. Oh, toll. Das war ja jetzt nicht so wirklich... Alles klar, ich öffne die Tür. Ja, mir ist jetzt erst vorhin aufgefallen, dass das nur ein 20 Minuten Part war, wo du dann ab nur du... Alter, ich dachte gerade, das war bei dir im Hintergrund, Alter. ...riert hast. Alter, ich dachte gerade, Marco, was geht bei dir ab? Wer schreit denn bei dir da jetzt so rum? Alter. Auf jeden Fall wurde bei mir keiner abgestochen. Ja. Ich dachte gerade schon, hä, Schlägerei oder was? Ähm. Das wäre ja fatal. Ja. Was waren mit 20 Minuten? Dass der Part 20 Minuten gegangen ist. Ich habe... ...gesagt, das wäre reguläre Zeit. Ach, egal. Scheiß drauf. Ja, wir haben ja gesagt, 20 bis 30. Ja, ja. Was ist das hier für eine Krackhöhle? Oh, da vorne sind wieder welche. Krack? Oder was es sein mag. Krackel. Oh Gott, Alter, das ist Labor geht hoch. Sag ich doch. Oh, du lagst, du lagst, du lagst. Oh, nicht gut. Ja, dann, Marco, bitte kommen. Over. Ja, dann, Marco, bitte kommen. Okay. Hä, dein Ping ist wieder normal. Okay. Ne, jetzt ist dein Ping wieder hoch. Ui. Da, Ping ist im oberen Bereich. Oh Gott. So macht man das. Einfach mitten drin still bleiben und einfach heilen. Das ist ein 300er Ping gerade. Oh. Sag mal ein Wort, Marco. Sag mal was. Hallo, hallo, hallo. Oh, das ist kritisch. Ah, okay. Das ist stark verzögert gerade. Hier zum Ende hin. Bisschen schwierig. Aber, kann man gerade nicht dran mitten. So, alles klar, der ist down. Da oben kommen ein paar neue Gegner. Okay. Ah, da oben, vorne, hinten. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich bin down. Oh, what the fuck? Da ist ein Boss. Boss. Ich verstecke mich auch da, ne? Ja, warte 30 Sekunden, dann bin ich wieder da. Alter, was ist das für ein Boss? Ja, du, äh, 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 30 Sekunden, äh, 20 Sekunden noch, dann bin ich wieder da. Und du bist wieder auch mit dem Ping da, wo es hingehört. 15 Sekunden noch. Halt dich bereit. Okay, ich werfe... Atombomben. Ne, mein Spezial-Dings. Oh nein. Oh nein. Gering. Oh. Eins. Null. Jetzt bin ich wieder da. So, jetzt habe ich für dich auch hier noch ne schicke Granate. Granate? Von meiner Mutter, die heißt wirklich B-A-D. Oder auch doch nicht. Geschütz-Konsequenziere dich auf Big Boss. Ja, komm, komm, komm. Scheiße. Alter, der ist down. Easy. Mein Gott, warum machst du denn immer down? Ja, weil ich halt die Übermacht habe, ja? Ich bin, äh, Darth Vader. In Männchengestalt. Nein. Ich bin einfach Batman. Hm, ein schlechter Mann, das ist klar. Nein, mit D. Und du bist, äh, Bad Woman. Was? Batman und Bad Woman wieder vereint. Ist das nicht Blaubarschmann und Blaubarschbube? Nein. Wieder vereint? Ich bin Plankton und du bist Patrick. Patrick! Ach ja. Oh, Boss Arena. Hallo. Hä? Ui. Oh. Ich glaube, das war so... ...nüchte Plan. Rückzug, rückzug, rückzug. Wir haben ja gar nicht wirklich viel Möglichkeit. Denk an dein Geschütz. Habe ich nicht mehr. Wie? Ja, ladet. Ja, meins auch. Oh man, die Musik ist ja voll geil. Voll die Action. Ja, ich brauche medizinische Unterstützung. Viel Spaß damit. Heute eine Granate kostenlos. Morgen müsst ihr dafür bitte Gebühren bezahlen. Oh. 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 Okay, damit ist die Panik dann wieder vorbei, ne? Ui. Alles klar. Das dann nehme ich noch mit. Dann kommt der da raus. Oh Gott. Alter, was ist da explodiert? Guck mal, ob du mich jetzt rein kannst. Okay, Moment. Bleib in Deckung. Du hast auch nicht mehr viel Leben. Nö. Ja, dann guck mal schnell in die Steuerung. F. Guck mal in die Steuerung schnell. Soll ich? Ja, mach schnell. Ähm... Einstellungen... Ja, das war... Ja, das habe ich schon gedacht, dass das eine doof Idee ist. Ach ja. Ja, hättest du gleich am Anfang gucken müssen. Dann wäre da vielleicht noch was geworden. Äh, egal. Lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Genau, mach du schon mal. Tastenbelegung. Wie heißt das? Wiederbelegung, oder? Ja, ich glaub. Reparatur-Kit V. Gestenmenü H. Oder war das Reparat... Seil durch... Nee, Reparatur war eigendings. Aber F ist hier bei mir... Gar nichts. Okay. Wass mal, ich... Wo ist denn hier F? Da ist tatsächlich kein F. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, Sprint. Enter. Deckung. Ich wollte mein Geschwätzchen hier entstellen. Was soll der Mist? Deckung ist die Leertaste. Waffe, Ziel, Nachlagen, Zoom, Primär, Second, Handfeuer, Granate, Waffe, Agent, Reparatur-Kit-V, Gesicht... Äh, Gestenmenü. Gesichtsmenü. Was zum... Alter. Halten, Seil durchschneiden. Okay. Automatisch rennen. Drei goldene. X. Inventar, Karte, Chat... Du, das gibt's bei mir nicht. Ich guck mal gerade. Tastenbelegung. Ah, kommt schon wieder dieses scheiß Ding, ne? Dieses scheiß... RCK. Oh, jetzt, äh... So. Vielleicht ist es auch... Vielleicht heißt es ja auch einfach Aktion die Karte oder sowas. Äh, die Taste. Interagieren heißt es einfach bei mir. Ach! Dann drücke ich immer die falsche Taste. Warum? Das wäre bei mir Enter, Interagieren. Ja, hab ich ja irgendwann mal gesagt. Versuch mal Enter. Aber hast du ja anscheinend dann nicht. Wann hast du das denn gesagt? Es muss gestern gewesen sein. Ja, richtig. So gestern Abend. So 23 Uhr. Ja, aber warum steht denn da dann F? Ich weiß es nicht. Das ist, weil es die Standardsteuerung ist. Ja, aber F ist ja nirgends eingetragen. In der Tastenkombi. Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Es senkt halt einfach... Vielleicht ist es auch einfach hart programmiert. Also... Ja, hart coded. Das nennt man, wenn man das nicht mehr außen hin verändern kann. Ja. Wie kann ich dir das jetzt am Hand von einem Beispiel sagen? Das da... Lol, die haben es voll auf sich abgesehen. Hm, ich höre mein Herz schlagen. Ja, alles, alles was du an Text siehst hier ist hart coded. Nur das, was du selber ändern kannst, eigentlich nicht. Glaube ich. Kann man so ganz grob erklären. Okay. Auf jeden Fall ist das dann wahrscheinlich hart rein programmiert. Und frag dann nicht einfach ab im Messergrund, ob der Typ auch seine Steuerung geändert hat. Aha. Weil dann würde er, wenn er das abfragen würde, dann würde da bei dir dann stehen Enter. Ja. Was für ne Sheet. Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig erklärt. Es ist einfach zu spät, um klar zu denken hier. Ich wurde ja wieder von Marco genötigt, hier noch eine Folge extra aufzunehmen. Ja, ich bekenne mich der Straftat, Paragraf 240, StGB, der Nötigung. Für schuldig, hast du voll vergessen. Für unschuldig. Nein, du bist die Schuld an sich. Oh, hier ist eine Waffenkontrolle. Geht nicht mehr, ganz toll, Marco, hast du kaputt gemacht. Hier ist ja voll geil, wenn du X drückst, dann sprintet der automatisch und du musst nur die Maus bewegen. X, bei mir habe ich da was nicht. Ach so, X auf der Tasse, ja, ja. Ist ja mal voll geil. Was ist denn bei dir die Sprintentasse? Shift. Sprint ist bei mir die Zehen auf der Maus. Ach so. Versuch das Maus. Ach so, ja. Oh je, das ist jetzt eine blöde Idee gewesen. Ja, ich bin einfach mal gerade blind hinterher gelaufen. Oh, da kommt ein AC-Otto. Oh Gott. Ja, komm, komm, komm. Geh doch rüber da, Junge. Junge, 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 Junge. Du bist ja auch down, ne? Ja. Der wollte irgendwie nicht über diese Parikade drüber gehen. Deswegen liege ich ja... Ach, hallo, Marco. Hallo, wir liegen wieder nebeneinander. Wie in... Wer da? Was? Was? Alles klar, nochmal. Next one. Wie, nochmal von vorne? Ja, wir müssen nochmal komplett durch das ganze Level durch. Was? Das wär's, ne? Wenn jetzt hier so ein fehlerhafter Kontrollpunkt ist, dass er wieder den ersten nimmt und wir am Anfang des ganzen Dings sind. Ach so, da geht's weiter. X. Ach komm schon, ernsthaft? Jetzt kannst du's mal ausprobieren, komm. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ich renne. Ich komm zu dir. Ne, ich komm nicht zu dir. Ich bin zu langsam dafür. Ich verblute, schnell. Rechts ist da einer. Oh, 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 oh. Ja, ja, jetzt tut sich auch was. Hallo? Ey? Äh, legst du wieder rum, Marco? Im Normalfall nicht. Oh. Ja. Ja. Sag mal, sag mal hallo jetzt gerade. Hallo. Okay, das war ein bisschen verzögert. Geht aber schon wieder runter, genau. Das wollte ich prüfen. Du bist gerade einfach in Zeitlupe umgekippt. Das war richtig lustig. Okay. Ähm, alles klar. Hol ihn dir! Ab ihn. Ja, ab ihn. Jumai, super Sach. Kümmer ist Bayern. Jetzt bist du fernig, komm. Guck mal auf der linken Seite, Marco. Verarsch mich nicht, Alter. Ich hol mir den. Alter, das hat er. Ja gut, ich hab die XP bekommen. Hehehe. Hä? Ich hatte ihn im Griff. Ich glaub, das ist geteilt, dass wir beide XP kriegen für beide. Also, so war's, glaub ich, im ersten Teil. Das heißt, sobald ich auf einen eine Kugel getroffen hab und du erledigst den, machen wir trotzdem halbe halbe, oder wie? Dann machen wir gleich gleich. Sag ich doch. Alter Junge, ne? Da kommt so viel Action rein. Auto ist gegen Barrikade gefahren. Oh, hier ist ein riesiges Loch mit, äh, keine Ahnung, was da im Hintergrund ist. Äh, im Untergrund. Hier ist voll viel Action, Mann. Im Hintergrund? Oh, da ist ein Goldner. Ein Faserhund. Oh. Ein Goldner Sniper, oder was? Oh, nochmal ein Auto. Ich bin tot. Oh, der hat aber nicht... Die Sniper-Typ ist aber nicht so stark gepanzert. Alles klar, Granate ist direkt vor mir eingeschlagen. Hilf mir. Hilf mir. Wir sollten uns auf die, äh, vorliegenden Gegner konzentrieren und dann auf Nahkampf gehen. Ich lieg auf den Boden. Ja, genau deswegen. Lalalalalalala, lauf mal Kohlen fort in die große Welt. Oh Gott, alter! Bumm. Ah, Bumm. Oh Gott, Hilfe, ihr, ihr Bräne, Merkel, ihr Bräne. Komm zu mir. Alter, ich bin tot. Du bist gleich tot, oder? Ich bin tot. Jetzt kannst du mal ausprobieren hier. Komm her, schnell. Ich kann auch zu dir kommen, aber Bock, äh, genau. Hock dich mal hier, nicht im Stehen. Hä? Oh, Auto, Auto. Oh. Die Autos sind echt heftig. Die sind echt, das gehört hier zum Boss dazu anscheinend. Ach Gott, ich bin müde. Ich freu mich gleich aufs Bett. Aufs Beet. Aufs Blumenbeet. Ja, natürlich. Machen wir nochmal. Alter, die schießen jetzt schon. Oh, die haben jetzt uns schon entdeckt. Boah, das sind ein paar Halunken. Komm, ich hol jetzt hier gleich mal meine Sex-Machine raus. Was gar keinen Sinn macht. Oha. Versuch mal was aus. Drück mir den Daumen. Ja, ich drückte das Daumen. Das Daumenglied. Was? Daumen sind rum. Du hast sechs Daumen. Okay. Die ist gleich schon down. Die ist down. Alles klar. Easy. Okay, jetzt bin ich aber gleich down. Ich auch. Ich bin schon. Nein, Marco. Warum man klingelt? Okay. Okay, ich weiß nicht. Kann das sein. Ich war ja fast durch. Da sind ja jetzt noch voll viele Leute noch gewesen. Von der rechten Seite. Das ist irgendwie so wie Far Cry. Drück mal sterben. Nee, habe ich noch nicht. Aufgeben. STRG. Ja. Habe ich. Jetzt machen wir das nochmal so. Und du wachst dann auf der rechten Seite durch, so weit du kannst. Ja? Mhm. Geht dann wieder links. Okay, go. Go, 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 go. Warum nachladen? Aber kein Stress, ja. Nur aufpassen, dass du nicht direkt stirbst. Alter die setzt die Autos die kackbraut ich hab das Auto jetzt gerade unter der gesprengt ich hab die gekillt und bin in Deckung mach mal schnell killen ich mach wieder bei mir spawnen ich war auch hinter cool alles klar es läuft was wir so lange beobachten mir und mich top war das oder? ach so jetzt hab ich gerade gedacht hey wieso sehe ich mich jetzt da vorne selber tot dass sie nicht langweilig wird Alter wie schnell bewegst du dich? ganz normal nee kannst du gar nicht ich bin gerade hauptsächlich in Deckung oh oh das war knapp oh Gott alter diese scheiß ich seh da nix das ist mir vorm Sichtfeld neustart verfügbar in 2 Minuten 40 hey warum zieht das immer nach oben sag bloß weil das hier ein Bosskampf ist keine Ahnung auf jeden Fall geht das hoch und nicht runter alles klar wir sind schon bei 2,54 zurückkehren ja ich mach das mal schnell kehre zu spieler jetzt dürftest du spawnen jetzt ja alles klar das war wegen dem Bosskampf ist er jetzt beendet oder? ja ist erfolgreich das war ja wieder klar oh Karte öffnet sich 4000 ich bin Level 5 das war ja du denkst nicht ah oh Darkzone dann können wir jetzt ins oh willkommen willkommen im Endgame danke dass wir die Bilder von Norges gespielt haben ihre Arbeiteragent ist allerdings noch nicht beendet sie können nicht nur die Bilder weiterspielen sondern auch eine Kostprobe unseres Endgames erhalten wenn sie sich das Charakterauswahlmenü ansehen finden sie 3 Charaktere die bereits spiel durchs Endgame sind einen dieler Spezialisierung die im vollständigen Spiel verfügbar sein wird. Wenn Sie sich als einer von Ihnen anmelden, können Sie ausprobieren, wie Sie sich bei einer unserer Einsatzort-Invasionen schlagen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich auf dem Spielersuche-Bildschirm mit anderen Endgame-Spielern zu einer Gruppe zusammenzuschließen. Auf www.themissiongame.com können Sie mehr über Spezialisierungen erfahren. Wir laden Sie ein, Ihre Erfahrungen mit der Spezialisierung und dem Endgame zu teilen und auf www.themissiongame.com später ein Feedback zu geben. Denken Sie dann, dass sich Tom Clancy's The Division 2 noch in der Entwicklung befindet und gewisse Abspekte der Spezialisierungen und der Einsatzort-Invasionen von der offiziellen Veröffentlichung des Spiels noch verändern werden können. Alles klar. Und was heißt das jetzt auf Deutsch in kurzer Zusammenfassung? Der Spielstand wird übernommen oder was? Weiß ich nicht. Wir sind jetzt im Endgame. Das heißt, wir haben die Beta, die Einführung damit abgeschlossen und können jetzt hier die normalen Aufträge, glaube ich, noch abschließen. Und, äh, genau. Die ganzen normalen Aufträge noch machen. Ähm, jo, hat ja noch ganz gut geklappt. Ich wollte noch irgendwas gesagt haben. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was wollte ich denn jetzt gesagt haben da hinten? Einsatzgebiet verlassen, das können wir mal gerade machen. Ähm, ich habe es vergessen. Was los, Junge? Bist du krank oder was? Ich bin müde, Junge. Ich bin müde. Müde ist auch Krankheit, Junge. Hast du das gelernt in Schule? Ja, Mann. Ich habe Krankheit in Schule gelernt. Oh, was ist das denn da? Achso. Eine Scheißrei... äh, Schießerei. Ach komm, die bekämpfen sich. Tramp spielt Tom Clancy The Division Private Beta. Ähm, Charakter. Ich habe neue Sachen bekommen. Ich glaube, jetzt hoffentlich mal ein Scharfschützengewehr, oder? Alles klar, ich probiere mal was aus. Ich glaube, ich habe ein Scharfschützengewehr bekommen. Okay. Ja, Mann, ich habe ein Scharfschützengewehr bekommen. Das geht jetzt voll ab. Das macht übelst viel Schaden. Aber auf Näh ist das ja auch Quatsch. Nö, das macht auch so Schaden. Das ist halt die stärksten Waffe. Alter, das zieht. Und wie genau, Mann. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, bis zu der ersten guten Waffe, die man kriegt, machen die dann die Beta. Alles klar. Nicht schlecht. Ich gucke mal, ob ich ein paar Mods dafür habe. Ja, Marco macht ja natürlich hier wieder, ne? Hat wieder zu viel gesoffen gestern Abend. Und jetzt muss man den natürlich erstmal wieder wecken, wenn man hier anfangen will, aufzunehmen. Ja, das stimmt. Also, das ist ja auch unser erster Part hier in diesem Spiel, tatsächlicherweise. Ich habe nichts. Nichts. Nada. Nothing. Ja gut, dann machen wir uns kurz so ein Schmerz los und sagen, auf Wiedersehen. Bis morgen, oder? Moment, Moment, Moment. Oder besser gesagt, bis nach dem Schlaf und sonst erst. Na gut, das wollte ich eigentlich schon in einer der letzten Folgen noch gesagt haben. Habe ich aber voll vergessen. Ich bin live heute Abend. Vielleicht ist es das, was du sagen wolltest. Mittlerweile vor drei Folgen, glaube ich, ne? Nein, vor fünf Minuten. Bringt das auch nichts mehr, das hier zu erzählen. Alles klar, ich habe jetzt alles ausgewählt. Genau, das war Fortschritt. Oh, 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 du leckst wieder. Was? Ich habe nichts gesagt. Bist du wieder da? Ich bin da, ich habe aber nichts gesagt. Außer fünf Sekunden nachdem du gesagt hast, dass ich leck am Eis. Ja, du hast noch irgendwas wegen gestern, was ich gesagt habe. Keine Ahnung. Ja, willst du noch irgendwas sagen? Ja, Fragen. Wie alt bist du? Ne, Quatsch. Wo bist du vom Level? Äh, fünf. Ja, ich auch. Fünf. Ah, fünf Viertel. Okay, wird besser. Ja, gut. Das dauert ja jetzt auch länger aufzusteigen. Ähm, ja. Wir bedanken uns für das Zusehen und sagen einmal Tschüss und bis in ein paar Stunden später. Ja. Und zwar in 24, in 22 Stunden. Was denn? Elf. Geht's wieder weiter. Ach so. Sehen wir, hören wir uns wieder. Spätestens. Ja. Ja, mal gucken. Ja, gut. Willst du, willst du, willst du gerade noch irgendwie sagen, hat sich deine Meinung zum Spiel bis jetzt geändert oder? Nö, immer noch gleich. Also, ja, es macht jetzt doch schon irgendwie so ein bisschen süchtig. Ich will gar nicht wirklich aufhören. Ja, siehst du, das ist schon echt geil. Vor allem haben wir wieder neuen guten Loot. Und, ja. Ja, mal gucken, wie es sich noch entwickelt über die nächsten fünf Stunden. Ja. Dann. Bis dann. Ciao.